hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge lands island ich weiß gar nichts mehr denn ich habe schon länger nicht mehr gespielt ich gehe mal raus das erste womit wir starten ist im ladebildschirm ich weiß dass wir ein boot gebaut haben wir zu einer anderen insel sind und ich gehe jetzt erst mal ungern in die söhle denn ich muss erst mal gucken was jetzt phase ist und wie es noch mal alles war für euch ist nur ein tag vergangen für mich gefühlt drei wochen vier wochen so da ist unser bötchen mit kiste genau und wir haben hier diese hülle entdeckt und ich wollte eigentlich auch ein bisschen erkunden erst mal die insel bevor wir jetzt hier diese hülle wie war das denn mit der karte genau wir mussten da unten hin da und da wo wir sind okay alles klar ja wahrscheinlich müssen wir in der hülle aktivieren irgendein schalter um die um das tor freizuschalten so war das auch klein nehme ich mit genau so war das jetzt weiß ich wieder genau so klein 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 wir haben ein schild was wir nutzen können was sehr gut ist wo warte mal ich ziehe was ja pumpkin lecker so klein immer mit so freunde da ist wieder ein abenteuer geil dass wir endlich das boot haben ich bleibe mal am schwert weil ich nicht genau weiß was uns erwartet ich weiß auch gar nicht wie weit wir im letzten mal hier alles untersucht haben ordentlich glas ja und ganz viele pumpkins und ich will alles mitnehmen können passiert das wäre vielleicht ganz gut weapon to low ja aber so viel ist hier gar nicht nur ich gucke noch mal ob wir irgendwo glas finden am strand eigentlich so groß ist die insel nicht hier nebenan ist auch noch mal eine insel aber es sieht so aus als wäre hier glaube ich sonst nichts hatten wir beim letzten mal schon ich weiß es eigentlich gar nicht mehr ich glaube letzt mal haben wir schon alles hier untersucht war gut wir haben genug zu essen das heißt wir können uns auch heilen und so was bedeuten das schutzschild hier unten ach so okay geschwindigkeit iron shield okay gut dann also doch höhle dann gehen wir in die höhle und machen einen dungeon dann schauen wir doch mal ich hoffe unsere plantage zu hause bleibt jetzt bestehen weil wir sind jetzt nicht zu hause und können nicht ernten ich hoffe das nicht ja ja guck mal so dramatische dame was das war ja gemein es gibt fallen was okay okay fackel wäre ganz geil mache ich mal springen geht auch ich muss aufpassen es wird jetzt auch wahrscheinlich auch ein bisschen spieler so vorsichtig oder ist ein haus ein haus in der höhle hä wie geil ist das denn kann ich hier wohnen guten tag ist einfach nichts vor allem volle geile ausblick du guckst einfach ins schwarze hallo mist ich habe leider kein echo ich muss mal gucken dass ich wieder ein paar sound effekte kriege da muss ich mich mal drum kümmern so kriegen wir hier kriegen wir der kristall ne nehme ich mal alles mit was wir kriegen können so sehr schön kohle ja kohle nehmen wir auch mit bis die taschen voll sind wir haben ja den großen rucksack jetzt mittlerweile was sehr nice ist das heißt wir können ja viel mehr mitnehmen sehr geil hat der flexi ja sehr gut vorbereitet beim letzten mal so schwupp schwupp schwupps gut hier ist erstmal nicht so weit stein brauche ich jetzt ich meine ich kann stein mitnehmen wenn wir es einmal haben dann haben wir es warum liegen lassen wenn es hier umsonst rum liegt so ich weiß gar nicht was ging denn eigentlich maximal jetzt 300 ressourcen donnerwetter so ich guck erstmal hier äh sind sie verarschen der schießt ernsthaft ich muss das mit dem mit dem kämpfen noch üben dass ich genau das timing treffe weil dieser kreis der da mal kommt wenn man genau da triffst machst du halt mehr schaden das timing noch nicht so wie hier jetzt immer wenn dieser kreis auftaucht und ich genau in dem moment drücke mache ich mehr schaden das ist beim kämpfen auch aber das ist das timing anders da muss ich gucken das sieht wieder aus wie eine falle wir müssen ein bisschen aufpassen die können also auffallen auslösen gut zu wissen okay oha warte mal wir gehen in den angriff nochmal ah mit kuh okay alles klar muss ich behalten ich mach mal hier an alter voll das dorf haben die das ausgerottet hier alter ach der ist oben ne ist der oben der ist oben oha kann ich hier schlafen oh Gott da unten ist ein großer komm her aua lass das wir sollten vielleicht unten ich weiß nicht ob unten spawn ist äh das war den vielleicht erst ausschalten sehr schön metallteile hier ist ein ofen können wir aber nix machen kiste auf jeden fall gucken oha aha so der spawn ist schon mal weg ich kümmere mich erstmal um die spawns ne so sehr schön dann machen wir hier mal light an light light lightning was lightning so ne die kiste also kann ich einfach umrennen so da haben wir oh eine truhe kann ich die aufmachen oh seeds geil für unseren garten sehr nice das feier ich ja so beeren heilen brauchen wir uns aktuell noch nicht sind eigentlich ganz gut ausgerüstet wir können aber also essen ist jetzt äh nicht schlimm aktuell aber wir hätten ich kann durch die wand die dings hauen das ist gut ähm aber wir haben ja genug essen da so ist nicht und wir müssen ja unser dorf ausbauen oh wir haben brot oh wir haben brot gefunden wie geil ich bin brot wo haben wir es denn da oh äh ernsthaft oh warte wo kommt der denn her oh gott oh gott oh gott wo kam der denn jetzt her stahl stahl da ist noch mehr stahl äh mach mal vorsichtshalber an ne so damit wir vielleicht oh alter hab ich mich jetzt erschrocken oh gott alter ich hab mich mega erschrocken lull so kisten immer zerstören geh ich jetzt erstmal hier lang oder da ist jemand hallo ist das gold pilze nehme ich mit da ist nehm ich auch mit hier vorne ist kohle glaube ich so hier wird es wahrscheinlich auch wieder eine boss arena geben gehe ich von aus so supi so ich könnte hier rüber springen ich lasse es aber erstmal wir gucken erstmal was hier Phase ist warte 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 das lämmchen machen wir noch an bisschen kohle haben wir noch zwölf in tasche hier ist bestimmt ein spawn irgendwo oder pilze der hat das noch nicht realisiert da oben der kleine öh was ist das denn für einer öh oh gott neue gegnertypen alter schwede kann ich hier nein ok pilze nehmen wir mit die kann man bestimmt auch essen was war das der war ja fies ok ich gehe erstmal hier oben gucken vorsicht zahlen wa na kommst du quietsch quietsch wo haut denn hin so ist da jemand drin bestimmt ne oder nee gibt's hier geld hier oben ist mit holz gebaut unten mit stein das ist ja auch cool so sieht also stein aus gut zu wissen gut zu wissen lalalalalala oh kohle kohle können wir gut gebrauchen zünde ich mal an damit wir wissen dass wir hier waren ich würde mir das mal so markieren ok hier gibt's aber anscheinend sonst nichts ne kein secret oder so ok alles klar gut geht also in eine richtung ich finde das immer noch ein großartiges spiel muss ich sagen so na dann hallo anzünden damit wir wissen dass wir hier waren ich geh jetzt mal rein das ist ein ganz toller raum wie ich finde so ah boah alter puh ich hoffe die kommen nicht nochmal wieder oder oben liegt gold wie komme ich da rauf na ah katsching was ist da nicht da auch noch was ne ok nur ein stein den ich nicht ah hier werden wir aufs dach gekommen aber es geht auch so erstmal hier gucken aber krass dass es hier auch so äh häuser gibt hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht muss ich sagen nehmen wir ein bisschen stein auch mit ne komm wenn schon denn schon wenn wir schon hier sind und steine mitnehmen können dann nehmen wir die jetzt auch mit so spiel gespeichert ist gut hau den lukas survival so weg damit ach ja so dann gucken wir mal über die brücke geht's und dann ist irgendwo ein spawn ne ich hab's gewusst noch ein spawn irgendwo ja bestimmt da unten lass nämlich in ruhe nein natürlich nicht ich kümmere mich um den spawn mal eben oder ist hier ne anscheinend nicht aber der wird kommen ne ja der kommt natürlich komm her und schon bist du weg dunkle materie nehmen wir mit so warte mal ich muss abhacken nicht abkacken abhacken so so sieht's nämlich aus so die pilze nehmen wir auch mit dann die kohle natürlich ist das die brücke über die wir gekommen sind ja ne ich glaube ich glaube das war die brücke hier gibt's wieder kristalle ich bin gespannt worauf das farming noch hinausläuft also so das das bauen und das das brutzeln mit dem ofen und alles was man da noch alles freischalten kann bin ich mal gespannt so dann geht's mal jetzt weiter äh ich guck mal einmal hier ja große fackel ich erstmal hier gucken ich so hier so er so da so ich den er so weg ah wie erstmal hier lightning an ich hab manchmal das gefühl die respawn ne nach ner zeit ok da drüben ist wieder hier so ein blitzfisch nenn ich den mal wo geht's denn oh gott will ich das ich weiß nicht ich guck mal ob ich hier einfach links rumkomme bin ich so affin mit dem sprung und so 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 Guten Tag. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Level up. So, wir können leveln. Lasst doch mal gucken. Wir haben zwei Skillpoints. Wo hat der Flexi denn drauf gespart? Ich weiß gar nicht mehr. Was haben wir denn hier noch? Harvest. Mehr Leben. Auch schön. Attack Speed. 15%. Every 7 Hints. Apply 50% More Damage. Eins in sieben. Auch geil. Hier brauchen wir drei. Base Damage. 15% mehr. Darauf würde ich glaube ich sparen wollen. Was haben wir hier? Critical Hit. Ist auch schön. 20% Critical. Brauchen wir vier. Vielleicht spare ich darauf mal. Na, gucken wir einfach. So, hier haben wir Stein. Ach komm. Wenn schon, denn schon. Äh, nein. Die Pickaxe brauche ich dafür. So. Katsching, 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 tcha tcha. Also müssen wir doch hier lang. Scha. Scheiden, scheidenkleister. Scheibenkleister. Oh Gott. Das wird so doof. Wo ist das? Oh. Willst mich verarschen. Alter. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hier ist die Tafel zum Aktivieren. Aktiviere die Tafel. Aber ich möchte erstmal hier das hier mitnehmen. So, ich glaube, dann war es das auch hier mit der Höhle. Darum sind wir ja hier, um die Tafel zu aktivieren. Waren wir hier schon? Geld. Werden Geld liegen lassen. Das ist nicht gut. So. Okay. Dann aktivieren wir die Tafel mal. Da sind einfach mal Pilze runtergefallen. So. Das heißt, wir können zurück. Sehr schön. Müssen wir nur den Ausgang finden. Der, glaube ich, hier oben irgendwo lang war. Ach so. Das heißt, wir haben eine von drei Höhlen. Um dann die große Haupthöhle zu aktivieren. Was natürlich sehr gut ist. Die sind jetzt nicht so schwer, ne? Die aktivierbaren Höhlen. Ich glaube, hier müssen wir raus. Oder? Ich glaube, hier war irgendwo der Ausgang, ne? Ja, hier war die Falle. Genau. Und hier irgendwo war der Ausgang am Wasser. Ja? Genau. Hier war die erste Falle. Genau. So. So war das. Ja. Sehr schön. Supi. Supi, supi, supi. Prima. Prima. Haben wir das auch. So. Das heißt, Critical... Nochmal zurück. Also, Critical Damage würde ich drauf sparen. Und, ähm... Das heißt, wir reisen mit dem Bötchen mal hier rüber. Ich würde gerne mal hier hin. Denn wir müssen ja eigentlich auch da... Ja, vielleicht ist die auch größer. Wir gehen einfach mal da hin. Unsere Mission ist klar. Äh, wie gehe ich nochmal hier... Wie fahre ich nochmal mit dem Boot? Achso, genau. So, auf geht's. Auf geht's.